Hallo und Willkommen zurück meine lieben Freunde, ich bin euer Odoo und wir sind zurück in unserer Partie Pathfinder Kingmaker, wir sind in der Trollfestung, wir machen eine Tür auf. Aha, das ist nicht gut. Okay, gehen wir mal zurück. Lince, kannst du eigentlich Venischen zaubern? Magic Missiles, P6 Screamer, ich glaube da hast du eine Teens of Venischen auch gelb. Wand of Bless, Wand of Venischen. Finde ich gut. Mach das doch bitte auf dieses Mal. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ausgezeichnet. Das hat wirklich funktioniert. Und jetzt anders. Kannst du eine Ecke aufpassen? Ich brauche eine Inspiration. Was ist das? Ja, das ist so. Das ist so. Ja, das ist so. Ich brauche. So, dann verprüfen wir jetzt wahrscheinlich am besten alle unsere Zaubersprüche. Was ist das? Soundburst. So, deswegen werden wir nachher hast, nach diesem Kampf, können wir ruhig alles aufbrauchen. So, dann fängt er ein, links sie, kann ich schon mal singen und außerdem dieses Ding hier, macht er bitte so. Das macht Glitterdust. Das macht Glitterdust. Das macht Glitterdust. Not succeeded, Fortitude safe to avoid being stunned for one round. Was ist das? So, dann. Mal vorgehe des. Schon mal abstoich, was gescheit ist, gibt noch. Ok, wir machen gleich alles. Ahhhhhhhhhhhhh... Ja, genau. Wir wollten einen Tag aufschlagen, am besten hier irgendwo. You can't camp, that enemy is nearby. Ok, das hält so von diesem Raum. Offensichtlich gehts hier schon. Oh, ich bin schon wieder müde. Das wird eine kurze Aufnahme. Vielleicht machen wir diesen anderen Troll doch noch nicht jetzt. Schauen wir mal ob wir ihn fliegen oder nicht. Oh, wieso laggt mein Computer schon wieder so, das ist fürchterlich. Cannot gucken hier, naja. Was soll's, kann man auch nichts machen. Nein, warte mal. Ah, das muss man anklicken, damit der Rations auch verwendet, gut. Finde ich gut. So, okay, nachdem du nicht kochen kannst, würde ich fast sagen, machst du das. Du machst das. Aspire Competence, was macht das? Du hast zwei Competence Pros und der Camp Duty Skills. Äh, na okay, ist nicht so toll. Vielleicht... Ja, ist ja auch besser. Dann mach mal einen Rutsch. Okay. 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 Diese Gruppe ist super. Die Garten sich ständig gegenseitig an, das ist ja fürchterlich. Ah, vielleicht hätte ich dem Tings sagen sollen, dass er nicht mehr das, ähm, Lesser Restoration zweimal einlernen soll. Aber ich glaube, er kann zumindest ein Hellzauber draus machen, wenn sie es... Okay. Wo geht's da hin? Wo geht's auch irgendwo hin? Wo geht's da hin? Bevor wir da irgendwo durch Türen gehen, sollten wir zuerst mal schauen. Wo wir uns das Ding liegt halt nicht nur was er angräft. Das ist noch ein Chalkhunt. Wenn ich dein Name anzeige in deinem Hals! Okay. Okay. Let's see. Ja, vermisst ziemlich viel. Okay. Wieder alle. Auf dem Zug. Oh Gott, ich bin wirklich müde, ich rede viel Blödsinn. Ich glaube, ich werde drauf filmen für heute. Achso. Hallo? Ja, wir korrekten alles, weil da ist ein Heiltrank auch drinnen. Oh, jetzt haben wir eine Kiste. Wir speichern ab, bevor wir die Kiste aufmachen. Vielleicht müssen wir nämlich den Safe nochmal machen. Wenn die Kiste aufspüren müssen. Okay. Let's see. Ich fahre zu sehen. Sie haben einen Einzelgerufen. Super. Okay. Lauten wir mal. Es ist einfach nicht mein Glück. Ja, definitiv nicht. Was hast du diesen Mal gewürfelt? Einen Fünfer. Verdammt nochmal, du musst einen Sechser würfeln. Du würfelst einen Einser und einen Fünfer. Ich wette, da ist jetzt nur Schrott drinnen. Ich sollte nicht nochmal... Ich sollte das nicht machen. Juhu. Juhu. Applaud, please. Nein. Der Fünfer nicht applaudiert. Außerdem, da ist lächerliches drinnen. Deswegen war er einfach so spich gesichert. Ich habe noch einen Schlüssel. Also, ich frage mich, ob wir diese Schlüssel irgendwo brauchen können. Was ist das? Commandant. Commandant's Journal, 1st Half. Okay, jetzt lesen wir noch durch. Dann machen wir gleich Pause für heute. Oder Ende für heute. Ich bin echt müde. Du sollst einfach nur lesen. The tome ist mit von high-quality Parchment und bound in eine gute Leather, aber es ist torn apart und stained mit dem Schiffen. Most of the pages are missing. There is an inscription on the inner part of the cover, written by a steady hand. This journal belongs to Rodwig Langbock, the 4th Commandant of the Bronze Shield Fortress. Today, my father Unter Langbock has handed me the command over the Bronze Shield Fortress and headed home to the Five Kingdoms, King's Mountains. He said he's become too old and hoped to die in his old place, in his homeland mines, not in this thorac-forgotten land. He's left his post, and many of the defenders disapproved. But as for me, I don't blame him. I gave him my last farewells and returned to the Fortress, which is mine from now on. Lots of cards on the road. They carry grains, vegetables, meat. La Maschen is a good month. Tolls this month always bring good profits, even when the year is poor. Too bad that's not enough to compensate for everything we spend on food during the other months. Otherwise, we couldn't make the annual balance zero at least. The Road of Shields has made us bankrupt. For 300 years now, our three clans have been guarding human lives at our own expense. Even the winter is not a real winter in this godforsaken land. When was the last time I saw the snow? I mean real snow, like home in the Five King Mountains. Not this pathetic excuse for snow, which falls here from time to time. Local villagers could have gathered your four harvests this year if they weren't so lazy and worked a trifle harder. The winter's too weak in river kingdoms. Damned rivers don't freeze hard enough for our road to be able to compete with them as the best trade routes. What was King Talric thinking when he ordered the construction of an overland road in a place called the River Kingdoms? Well, maybe he thought of fame for the dwarven people, dreaming of regaining our former glory. Maybe he hoped that the locals would abandon their river routes infested by pirates for the safety of our track with its fortresses and launch towers. At least I know for sure that our grandfathers and fathers were thinking that too many resources and too much effort had already been invested in this road to just abandon the project. Okay, dwarves are patient, but there is a limit to every patience. The treasury of the Langbox clan is almost empty and I know for sure that the waradashes and skieks are doing no better than we are. It's ridiculous and bitter to recollect. To recollect that while building the fortress our ancestors had made several secret rooms to sort of future immeasurable treasures, it's impossible to deny it. We are the last generation of the road shields. If some wonder fails to happen in the near future, we'll have to return to the Five Kings Mountains in shame. The servant used comes from Rosland. Hordes of barbarians plunder its lands. The swordlords beg for help no one is able to give them. We scarcely have enough resources to keep garrisons at the fortresses. If Rosland falls, what happens to the trade? Who in the whole world willst meet the shield road? The rest of the pages are missing. Die fliegen wir wahrscheinlich noch irgendwo. Hoffe ich. Och ja, herrhafte. Geht's da zu einer Tür oder geht's da weiter? Da hinten war noch eine Tür. Vielleicht sollten wir die zuerst da aufmachen, bevor wir da weitergehen. Wir kommen zu los. Wir kommen zu los. Yay. Oh, hey, das ist ja nett. Wir haben draußen gefunden. Oh, noch eine Kiste. Yay, Kisten. Eine verschlossene Kiste. Puh, Gott sei Dank. Das war's. Mehr nicht. Okay. Wir gehen da wieder rauf. Das ist so groß. Ach. Okay, wir haben jetzt noch mal nicht den ersten Teil da. Da gebe ich dann noch die andere Hälfte auch. Und soweit ich mich entziehen kann war der Troll. Der Ikundayo Troll auf der anderen Seite. Jetzt fuhl ich mich nach. Und ich einfach ein bisschen drüber nachdenke. Glaube ich war's wirklich so. Nicht hier. Okay. Noch mehr Tolle. Zum Besiegen. Was hat du? Oh, halt. Mach's bitte. Ah. Ich würde bitte nicht Pause machen, wenn ich gerade pausiere. Dummes Ding. Zunächst einmal machst du das bitte. Dann. Was ist das? Das ist ein Arrow. Ja. Killst du den bitte. Oh, come on. Amiri. Töte. Okay. Critical hit. 45 Sneak Attack und bringen wir alles um was herum rennt dann machen wir das ok Herrschaften, einen wunderschönen Nachmittag Abend, wann auch immer ihr das anschaut ich wünsche euch ein alles beste und sage gute Nacht ich gehe jetzt nämlich auch gleich schlafen